Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge von NBA 2K. 24 ist da draußen, 35 Grad. Ich schwitze schon nach 10 Sekunden an Moderation, aber vollkommen, egal. Das ist die erste Folge als Basketball-Weltmeister. Ja, darum soll es jetzt natürlich in diesem Video nicht gehen, aber einfach nochmal, es war so verrückt und insane am Sonntag. Deswegen habe ich es auch nicht geschafft, diese Clippers-Folge dann aufzunehmen. Das war so ein wilder, verrückter Tag und jetzt ganz entspannt, ganz entspannt geht es weiter mit der Karriere. Ich freue mich natürlich, ich kriege so viele Nachrichten. Yo Max, wo ist die nächste Folge und warum kommt die Folge nicht, die ist, das und jenes? Aber jetzt habe ich auch mal ein bisschen Luft, nach dieser WM durchzuatmen und vor allen Dingen auch 2K durchzuballern. Und das machen wir jetzt auch. Wir spielen gegen die Clippers. Das ist nämlich unser nächstes Schlüssel-Duell und ja, ich denke mal, Schlüsselgegner ist dann in dem Fall natürlich Paul George. Wir gucken hier mal gemeinsam rein, nächstes Spiel spielen. Genau, Spielziele. Paul George ist einer der besten Flügel der Liga. Wenn du dich als Goat etablieren willst, musst du solche erstklassigen Gegenspieler ausstechen. Übertrumpfe ihn in einem Sieg. Also wir müssen gewinnen, dann kriegen wir 1000 Goat-Punkte. Aber das stimmt doch auch immer gar nicht, oder? Das habe ich doch jetzt schon ein paar Mal gelesen. Und wenn ich auf die Goat-Stufe gehe, dann habe ich hier jetzt 1070 Goat-Punkte. Das beobachten wir jetzt mal nach diesem Spiel. Ob wir dann wirklich diese 1000 Punkte auch oben drauf bekommen. Ja, ansonsten noch 150 VC oben drauf und My Points plus 10%. Okay, das interessiert keinen Menschen. Wir simulieren mal die nächsten Spiele. Das finde ich übrigens auch ganz nice, dass man jetzt auch einfach sagen kann, okay, man simuliert die Spiele fix auch für Neulinge. Denn, ich weiß nicht, wer spielt denn wirklich alle 82 Spiele? Gibt es sicherlich den einen oder anderen. Okay, Assistant Coach. Schauen wir mal, was der von uns möchte. Hey MP, ich habe ein paar Filme, die ich euch sehen möchte. So, ihr seht, was ich versuche zu sagen. Es kann nicht so viel, was flaschig ist, aber alles ist solid. Schau nicht auf Paul George. Schau nicht auf PG? Ich habe ihn seit Juni. Dein Vater hat dich aufgenommen? Ja, er war ein großer Fan. Er sagte, er hat Dinge richtig gemacht. Er hatte eine bessere Mitspielernote als Paul George und gewinne das Spiel. Ja, das sollte kein Problem sein. Können wir uns hier eigentlich umziehen? Geht das immer noch so? Trikot? Ja, das geht. Okay. Dann gehen wir rein ins Spiel. Ich habe Bock. Ich habe so Bock. Übrigens auch schon mitbekommen, dass viele am struggeln sind, besonders gegen den CPU. Also einige schreiben, yo, was geht ab? Online gegen andere, also gegen reale Menschen schaffe ich es. Und hier gegen den CPU bin ich voll am Reinschein. Also ich spiele jetzt noch nicht auf Hall of Fame, aber ich habe schon Angst davor, wenn ich auch nur alleine diese ganzen Kommentare lese. Ich spiele jetzt übrigens aktuell auf der Schwierigkeit Allstar. Schau mal, wie ich in dem Spiel klarkomme. Wenn es gut läuft, dann gehen wir natürlich auch gerne wieder mit der Schwierigkeit nach oben. Pass kommt. Der ist eine gute Aktion. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie geht es euch? Also die Leute, die das Spiel besitzen, Es ist leicht für euch. Wie kommt ihr mit dem Gameplay klar? Wie kommt ihr mit der Defense klar? Ey, das habe ich auch, ich habe es echt noch nicht gelesen. Auf Twitter mehrere, die schreiben, yo, was geht ab? Ich schaffe es, ganz normal zu scoren, wenn ich online zocke. Aber wenn ich Domination spiele, drei Sterne sind, glaube ich, auch Allstar, dann schaffe ich es einfach nicht, den Ball unterzubekommen. Leichte Punkte. Ich habe bisher ein Domination Game gemacht. Das ging eigentlich. Aber ich muss auch sagen, ich habe, finde ich, ein ziemlich geiles Team mit Rubianes und Emmi, Dennis Rodman, spiele ich im Frontcourt. So. Dann laufen wir hier einmal wahrscheinlich um den Screen rum. Ja, war klar. Boah. Wenn du davor MyTeam gespielt hast und dein Shooting Guard ist Kobe Bryant und dein Small Forward ist Ron Artest und dann kommst du hier hin und hast plötzlich diesen diesen Ugly Wurf, den muss ich echt mal ändern. Der Release, der geht gar nicht klar. Übrigens habe ich gelesen, dass es immer noch passieren kann, dass euer Jumpshot zurückgesetzt wird. Also achtet da immer drauf. Pass kommt wieder. Ja, der nächste Assist. Julius Randle. Jo. Und der Dreier fällt. Puh. Damit habe ich nicht gerechnet, weil der war nicht perfekt getroffen. Ich war ein bisschen zu lange drauf. Kawhi Leonard. Mitchell Robinson holt den runter. Geh wieder in die Ecke. Mitchell Robinson Top of the Key mit dem Pass auf Jalen Brunson. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das, was du nicht willst, dass Mitchell Robinson an der Birne den Ball hat und gibt hier den Playmaker. Ja, das ist normalerweise ein easy Bucket für Leonard. Ich muss mir echt mal abgewöhnen, auf den Defensiv Rebound zu gehen, weil ich kriege den sowieso nicht. Ja, schöner Pass. Jetzt ist die Frage, ob der auch reingeht. Nein. Das finde ich echt unglücklich gemacht, dass es dann so aktiviert wird und du hast das Gefühl, ja, okay, der geht. Voll in der Hoffnung, dass der reingeht. Mittel der Stanzwurf, der hat sich super angefühlt. Ich muss wirklich nach dem Spiel einfach nur kurz mal reingehen und meinen Jumpshot ändern. Wir kommen nach der ersten Auszeit für uns wieder rein und führen mit 8. Ja, da fällt nichts. Oh, der hat sich wieder sehr gut angefühlt. Jopp, jopp, jopp. was ich mir im Nachhinein wünschen würde, dass mein Spieler tatsächlich noch ein bisschen kräftiger ist, aber it is what it is. Ja, ist auch kein Problem, mir zu helfen. Help Defense, warum auch? Was macht er? Ich dachte mir, komm, geile Situation von den kleinen Alley-U-Pass und dann springt er da rum wie ein Osterhase. Guter Pass von Robinson, der alte Playmaker. Russ. Ja, bei den Clippers ist halt echt immer das Problem PG und Kawhi, einer von beiden ist nicht fit. Wäre schön, mal dieses Team komplett fit einfach zu sehen, in den Playoffs vor allem. Ja, das war wieder eine ordentliche Defense und Brody macht den. Der ist wieder gut. Der ist wieder gut. All-Star Schwierigkeit easy. Easy peasy Lemon squeezy. Blumley. Na gut, das Ball Movement, das ist natürlich ein absoluter Trash. Wurf. Josh Hart. Ja, kriege ich auch wieder unter. Ey, 17 Punkte. Was geht? Uhuhuhu. Ball Movement. Und der Pass war natürlich dann auch echt Zucker, um am Ende die Situation perfekt zu lösen. Kawhi. Oh, macht ihn nicht rein. 13 Punkte Führung. Barrett pusht den Ball nach vorne. Ich habe leider noch kein richtig krasses Ballhandling, sonst könnte ich halt auch mal den ein oder anderen Move aufs Parkett sauen. Oh, der steht jetzt wirklich Mitchell Robinson. Das wird ein schlechter Wurf zu 100%. Und ich hatte ihn schon fast. Ich hatte ihn schon fast. Ja, Martin Junior macht ihn. Ja, der hat sich wieder super angefühlt. Da kommt der Contest zu spät. 19 Punkte, drei Assists von der Dreierlinie 75%. Oha, warum nimmt Leonard den nicht? Ja, okay, warum? leicht, wenn es auch schwierig geht. Jalen Brunson. Ja gut, das wird nichts. Den macht er, den macht er. Schade. Ja, der Dreier fällt. Hätte zwar schon davor fallen müssen. Okay, ich in der Isolation gegen PG. Pass auf Plumlee mit, ja. Da hat er sich zu Gras wegdrücken lassen. Brunson. Ich gehe vorbei. Eins weiß ich auf jeden Fall, ich gehe nach dem Spiel rein und hau mal Dank aus der Bewegung hoch. Damit wir mal anfangen können, ein paar Highlights zu ballern. Ja gut, da wäre ich sowieso nicht mehr herangekommen. Ja, zieht das Foul gegen Kawhi Leonard. Zwei Freibürfe, ja, bei 22 Punkte bin ich mega zufrieden mit. Ja, gut, das war als Glück, dass der fällt. 23 Punkte, 12 Punkte Führung. Terence Mann. Und ab geht's direkt nach vorne. Geh einmal die Baseline entlang, geh wieder raus. Okay, und er kriegt ihn echt unter. Puh, ein bisschen eine wilde Situation. Defense ist da. Randall, ja, und ab. Warum geht mein Spieler da überhaupt noch hin, Mann? Turnover. Ach, nee, bleibt bei uns. Oh, der fällt's. Perfektes Play. beim Inbound, aber ich hab ihn halt nicht perfekt getroffen. Ja, aber jetzt 16 Punkte Führung, das ist schon langsam eindeutig. Sehr guter Pass, leichte Punkte. Ja, die Clippers kommen gerade nochmal ran. Jetzt wieder auf 11 weg, aber es ist noch nicht vorbei. Paul George, Pass. Der fällt nicht rein. Ich geh direkt nach vorne, wie immer. Verteidigt von Rocco. Pass auf Brunson. Screen ist da, nimm ihn doch! Boah, der war auch wieder tough. Boah, was ein geiler Pass und ich mach ihn, auch wenn ich da, keine Ahnung, irgendwann losgelassen hab. Man kann übrigens, glaube ich, nicht mehr das Spiel zu Ende simulieren. also egal, ob mit wie sie oder ohne. Das haben sie, glaube ich, rausgenommen. Kawhi. Spin Move. Nein, und das dürfte es dann schon fast gewesen sein. Barrett in Transition, Martin, Dagger, Game Over. 29 Punkte. MP hatte dieses Matchup gegen Paul George Roth in seinem Kalender. Ja, wie immer, zu schnell. Das erste, was wir jetzt sofort machen, Goldstufe. Seht ihr, man kriegt keine 1000 Punkte oder muss ich wo anders hinschauen? Das stimmt ja nicht, was bei der Quest stand oder bei der Aufgabe. Naja, okay, Pressekonferenz mache ich gleich. Jetzt erstmal ganz kurz Entwicklung, Attribute. Also, dank aus der Bewegung haue ich hoch auf eine 93 und schaue jetzt mal, ob ich mir da ja, Vertical auch einfach direkt voll, dass ich mir die ich weiß nicht, reicht das schon für ein Dunk Paket? Müssen wir mal schauen. Animationen. Wo ist es denn? Crossover behind the back, dribbling. Ah ja, hier, okay. Ja gut, ich muss natürlich erstmal in den Animationsshop. Dunkstile. Okay. Also, Kobe Bryant, Insanity, The Mother Rosen. Da würde ich sagen, gehe ich mit dem vom Winscarta. Das ist nur die Frage, Kontaktdunks, wo sind die? So, ich bin jetzt hier im Dunk Editor. Jetzt hätte ich mir wahrscheinlich Winscarta gar nicht kaufen müssen, aber ist auch egal. Also, hier erstmal Profi, Kontaktdunks, jo, in den Warenkorb. Dann Parkdunks. Ah, das ist nicht der Spieler, den ich groß im Park spielen werde, denke ich, deswegen lasse ich das jetzt erstmal weg. Äh, Tomahawk. Überathletischer Tomahawk. Jo, Lina. Nehme ich auch mal mit. Reverse. Äh, fände ich immer relativ langweilig. 360. Nehme ich mal mit. Double Clutch. Athletisch. Das kostet kaum was. Einfach, das kann man auch mal alles reinpacken. Der ist sowieso gratis. Backscratcher. Das sind jetzt die Beidbeinigen. Da musst du einbeinig auch noch mal Kontaktdunks kaufen. Ey, das sind schon so, ah. Na gut. Okay, ich packe mir mal alles rein, was ich haben möchte. Okay, anscheinend habe ich es doch nicht umsonst gekauft. Ich kann hier bei Signature Dunks kann ich Winskata auch noch mit ausrüsten. Dann Alley-oop-Dunks. Profi geht. Elite geht tatsächlich auch. Zion geht auch. Kaufe ich mir das auch. Und das auch. Und dann sind wir glaube ich durch, oder? Ja, das ist ja wieder ein Schnäppchen. 16.000. Okay. Aber. Ja, ausrüsten. Kaufe es erfolgreich. Speichern. Hat er das jetzt? Ja, Dunking. Ich habe es einfach Dunking genannt. Und jetzt müsste ich ja eigentlich hier das Ganze ausrüsten. So. Freiwurf. Äh, packe ich mir jetzt mal den von Ray Allen rein. Ich verstehe übrigens nicht, warum kann man das hier nicht einfach ausprobieren. Also ich weiß doch jetzt gar nicht, ob dieser Freiwurf gut ist oder nicht. Oder kann man das irgendwie ausprobieren? Wahrscheinlich nicht. Jumpshot. So, da brauche ich jetzt noch irgendwie einen anderen. Okay, ich gehe jetzt mal mit dem Jumpshot von Lamello Ball. Leute, wenn ihr Tipps habt, hier, vor allen Dingen die Bros, die im Park zocken, was brauche ich irgendwie für Dribble-Animationen, was für ein Jumpshot ist geil, etc., dann schreibt mir das mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil da bin ich tatsächlich leider immer der komplett falsche Ansprechpartner, aber jetzt habe ich zumindest mal, also Lamello Balls Release ist halt wesentlich schneller und ich habe jetzt mal ein Dunking-Paket ausgerüstet und einen anderen Freiwurf. Genau. Dann das nächste Mal, was steht denn überhaupt an? Ach ja, die Pressekonferenz, die will ich auf jeden Fall noch ganz kurz mitnehmen. Das war jetzt eine Minute lang die MP-Ära, wir sollten von Spiel zu Spiel denken, das müsst ihr entscheiden, das spielt keine Rolle für mich. Ja, okay, das war eine sehr, sehr kurze Pressekonferenz, dann das nächste Mal geht es gegen Devin Booker zu Schlüsselspiel Vorrücken, das können wir eigentlich auch hier direkt angehen. Es hat sich eine neue Schlüsselspiel-Gelegenheit aufgetan. Okay, gegen Victor Benbanyama, okay, also anscheinend können hier auch spontan, also jetzt wäre es natürlich geil, wenn da irgendwie eine Zwischensequenz oder sowas stattfinden würde. Aber ja, dann lassen wir uns in der nächsten Folge einfach mal überraschen. Ich bleibe jetzt mal noch auf der Schwierigkeit Allstar, dadurch, dass ich mir jetzt auch einen neuen Jumpshot mit reingepackt habe. Sollte das nächste Spiel aber auch wieder so gut laufen, dann gehen wir definitiv hoch auf Superstar. Die Clippers und Paul George waren jetzt zumindest kein Problem. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wenn ihr euch auskennen solltet mit Jumpshots und Animationen und so weiter und so fort, dann bitte gerne in die Kommentare. Ich kann da Hilfe brauchen und ich mache dann vielleicht auch ein Hilfsvideo für alle anderen, die da einfach Support brauchen. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge. Euer Max. Ciao. Yeah. Ah.